Sie können in 3, 2, 1, go! Hallo, ich bin der Bartige, Bartige Marco. Der Bartige Marco, ich bin der Geflügel der MG. Ja, wir fangen jetzt an mit nochmal dem 69er Level. 69 ist eigentlich eine schöne Zahl. Ist eine nette Zahl, die 68 geht hoch, aber die ist ein bisschen anders gemeint, aber egal. Wir müssen das Mysterium 69 knacken. Das klingt doof, aber es ist so. Wo muss ich 69? Wir gucken mal. Irgendwo müssen wir mal was übersehen haben. Ich vermute irgendwo ein Sticker oder wieder so ein Geheimgang. Irgendwie sowas. Du nickst irgendwie so komisch bei mir im Bildschirm. Ja, hatte gerade Langeweile. Headbanging für Anfänger. Ja. So, dann halten wir mal oben auf und du haltst die Fresse. Du wirst ein dicker, fetter Sticker. Oh, so nebenbei. So, den darf man auch verkehrt rum auf... Ah! So. Ergibt für das Level schon ein bisschen Sinn. Nee, eigentlich müssen wir die Knufflinge gar nicht rauslassen. Wir können hier durchsplashen. Wer auch, wenn ihr wollt, ich hab eure Rubbels. Genau, wir haben eure Rubbels. Ich bin heute ein herzloser Mensch. Ja, ein ganz herzloser. Die lassen wir jetzt einfach mal drin. Die stören einfach nur. Ach, jetzt kommt wieder ein Crepinator hoch. Kommst du oder bleibst du hin? Äh, lauf durch. Ziehst einen Hebel. Uh, 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 uh. Der war... Ja, der ist immer knapp. Also wir wären jetzt schneller dort durch gewesen, wenn du jetzt einfach mit hochgekommen wärst. Ja, gut. Nicht, dass wir uns da irgendwas versperren, dass wir mal doch noch irgendwie bräuchten. So, wirf mich. Hoch. Ich hab was geworfen, ja. Danke. Ah. Ah, okay. Ja, gibt Sinn, ne? Muss man ja auch alleine schaffen können. Ja, ja, mit den Knufflingen halt. Ja, klar. Aber das wissen wir, dass es mit Knufflingen geht und deswegen können wir das jetzt auch so machen. Genau. Wir sind ja genügend. Ach so, ich bin der Grüne, ganz vergessen. Ja, ich bin der Bartige Bartige. Ja, ich hab nochmal einblenden lassen für alle, die es nicht mitbekommen haben, wer, wer ist. Hüah, scheiße. Ich hab ihn getötet. Tötest du den Nächsten? Ja, ich hab die Hälfte dazu beigetragen, ja. Ja, äh, besser als nix. Das muss ja mal gesagt werden. Ich bin ja stolz auf dich, wenn du irgendwas tust. Ich wüs. Manchmal muss man ja auch nichts tun. Da kann man ruhig die anderen auch mal arbeiten lassen. Stimmt. Das ist überhaupt viel. Ganz chillig. Ja. So. Okay, du bleibst drin. Ja. Dann lässt er sie doch wieder raus. Ja, ich bin doch nie so herzlos wie du. Hä, dort geht's hoch? Ja. Oh, da war's. Wunderbar noch nie, oder? Ich schick mal einen Knuffling los. Ah, die haben wir nämlich von überhaupt nie gesehen. Ja, vielleicht ist so eine Sprung... Äh, die Sprungdinger sind jetzt vielleicht auch jetzt erst rausgekommen. Ja, komm, wir nehmen mal ein paar Knufflinge mit. Die könnten nützlich sein. Ja, könnten. Eventuell. Drei Stück. So. Okay. Ach ja, da war ja auch irgendwo ein Bubbel. Ja, hier oben. Da. So, ich werf mal einen dagegen. So. Oh, ne Torde. Lecker. Oder ein Diagramm. Ja, ein Tortendiagramm. Ein Tortendiagramm. Oh, schön. Schön professionell gequatscht jetzt. Mhm. Liebe Leute, ihr lernt auch bei uns manchmal was. Ich wurde zerquetscht. Hab ich gesehen. Das ist eigentlich nicht so gesund. Äh. So. Äh, Moment. Was heißt hier Moment? Jui. Ah, die haben wir ja schon. Ach, du hast vorhin keinen Bubbel eingesammelt, sondern einen Schlüssel. Ja, gut, das sieht man aber jetzt nie so. Mann, halt. Ja, wir wissen, dass wir hier irgendwie den hier... Oh. Ja. Das kriegen wir doch relativ schnell hin. Ja, langsam kennen wir ja die knifflige Kombination. Ja. Die knifflige, knifflige Kombination. Ja. Und das Brutzeln mag ich auch. Ja, Gebrutzler Mako ist am besten. Mit Bart. Mit Speck ummantelt, auf dem Grill gemacht. Oh, lecker. Das Highlight des Sommers. Oh, ja. Oh. Wir haben nur drei Knufflinge? Vier? Oh. Ups. Wie ärgerlich. Das tut mir aber leid. So, was haben wir jetzt? Ja. 91. Ja. Ja. Kann man bestimmt irgendwo noch so eine Klippe übersehen, aber das ist okay. 91, das reicht, dass wir hier irgendwie 95% gesamt in einem großen Level hier zusammenkriegen. Ja. Ungefähr 95%. Ich meine, es wird eh immer schwerer. Ja, klar. Selbst die 90 tun's. Ja, ich will jetzt nicht immer weiter und weiter runter korrigieren. Du hast doch immer mit der 95% angefangen, ohne mit mir abzusprechen. Ich war die ganze Zeit bei 90. Jetzt machen wir hier geteilte Wege. Geteilte. Oh, nee. Ich glaube, nee. Ja, wir müssen nur eine bestimmte Punktzahl schaffen. Das wird man doch irgendwie hinbekommen. So, wir müssen einfach nur schnell sein, um vielleicht noch so viele Puppels wie möglich. Ja, wie lange will er denn jetzt noch das zeigen? Meine Güte. So. Könnte ich mich aufregen oder sowas. Das war ja das mit den Herzen. Das kann ich überhaupt nie erinnern. Lauf! Mach ich doch. Wie lange muss ich denn das machen? Weiß ich nicht. Ach so. Ach, die Knufflinge. Die folgenden Herzen, ja. So war's. So war's. Das haben wir nur ewig oft verkackt. Ah, scheiße. Verkackt nie. Bloß wir wussten beim ersten Mal nie, wie es geht. Hm, stimmt. So, das Herz brauchen wir nicht. Nö. Machst du ja dort nie drauf latschen. Genau. Hast du richtig falsch gemacht. Ja, ich kann sowas. So. Supi. So. Wir laden mal auf. So, Knufflinge. Jetzt könnt ihr dasselbe für uns tun. Genau. Sehr schön macht er das. Oh, du. Nein. Scheiße, jetzt müssen wir zurück. Wieso? Ach ja, wegen dem Herz. Das sollt ihr jetzt egal sein. So. Das ist eh wo's. So, komm drüber hier. Schneller. Wir müssen schneller sein. So, jetzt, 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 jetzt. Machst du, ja. Ach, komm. Gibt's hier drüben kein Herz? Oh. Wir müssen auch mal zurück. Ja, da können wir so oft geben, das Level. Tut mir leid. Also, das wird eh nichts mehr. Ja, erst mal wieder reingrooven hier. Verstehst du? Ganz gut reingrooven. Ja. So. Oh, okay. Der Spender ist auch schon wieder so gut wie leer. Das ist ja ärgerlich. Zu spät. Nein. Habe. So. Supi. Ah, okay. So, da geh ich halt drüber. Man muss doch nur das Herz kurz ablegen. Egal. Wenn wir schon zu spät sind, können wir uns das noch vereinfachen. Stimmt. Hast du recht. So. Weiter geht's. Supi. Äh. Da. So. Das sind ein Haufen Knufflinge hier. Ja. Ah, jetzt muss ich die hier durchlotsen. Ah, mach mal. Komm mal rum hier. Gucke in der Zeit, ob ich schon was machen kann. Aber nö. Kann echt nur zugucken. Ja. So. Alle mitnehmen. Ach, der ist shit. Ja, mir kommt's grad. Na ja, hier haben wir echt immer ein bisschen Probleme gehabt. So. Sieht aber gut aus. Habe ich doch gut gemacht, oder? Ja, ja. Ja, hast du fein gemacht. Ich kann sowas. Oh. Oh, hier wieder stehen bleiben. Boah. Treffen die auch den Schalter mal anständig? Ja, ja. Das wird aber einberechnet sein. Nö. Ich glaub's auch. So. Die werden schon mal eingesaugt. Ach, ich bin wieder da. Sorry. Oh, mein Herz. Das ist ja auch gut. Da haben wir aber nimmer viel. Hä? Ah, Greifer. Greifer. Okay. Ah, das Herz. So, erstmal mitnehmen. Stopp. Komm. Über. Es wird uns jetzt das Genick brechen. Ja. Hier drei Kloflinge draufgegangen sind. So. Äh, ja. Das Level ist ein bisschen lang, muss ich sagen. So. Oh. 18 Stück. 20. Ich wette ich. Ja. Wenn ich fast geschafft. Ja. Da mussten wir wirklich alle durchbringen. Aber, äh, wir wissen, es geht nicht um Zeit. Ja, genau. Es geht nur um die Knufflinge, also alle schön gemütlich. Ja. Deswegen machen wir's nochmal. Jetzt kriegen wir's aber auch hin. Jetzt kriegen wir alle durch. Na klar. Hm. Na klar. Ja, es war ja nur das eine Schwierigkeit am Schuss. Also ich glaub, wir kriegen schon mehr Knufflinge als überhaupt, äh. Nötig. Nötig. Sicher. Aber das ist ja gut so. Ja, jetzt labert er wieder, war? Ja, natürlich. Ohne Labern geht sowas nicht. Danke fürs Herz zeigen. Das habe ich jetzt schon mal gesehen. Ich spiele wieder Herzträger. Mach das. Ich versuche in der Zeit immer alles Mögliche vorne weg. Ja, mach das. Haben wir. Supi. Dann mal weg. So. Läuft ja doch irgendwo. Naja, jetzt wird das schon werden. Das ist ja die Musik. Es ist überhaupt keine Musik. Doch, doch. Ein bisschen Musik ist schon. Echt? Ja, ganz leise. Ein und gleich ausgeschalten. Auch nicht schlecht. So, eigentlich ist die Schwierigkeit nur am Schluss. Muss man sagen. Hier sollten wir das jetzt mittlerweile gebacken kriegen. So, stopp. Naja. So, geht doch. Geh mal rüber. Mach ich doch. Ja, schneller. War ja einfach. Ich will auch einen neuen Rekord hier aufstellen. Ja. Ja. Ordentliche PN. Ich geh mal zum nächsten. Höhö. So. Bis jetzt haben wir alle durch. Oh, das sieht gut aus bisher. Ja. Es war eigentlich nur die eine Stelle, wo wir einfach überhastet waren. Ja, du. Ich hab gesagt, stopp. Sorry. Ja, ich hab zu spät reagiert. Frisch mit dir, Alma. Du hast zu spät hier was gesagt. So, Thomas. Krieg mal das hier durch. Oh. Ich hab grad einen gesehen, der hier nicht mitkommen wollte. Hast du denn jetzt aber? Ja, ja, ich hab ihn schon eingesammelt. Oh. So. Perfekt. Herzchen. Läuft. Sehr schön, ja. Irgendwo läuft schon. So, wieder alle gegen die Decke, bitte. Im Schnellverfahren, wenn's geht. Lalalalalala. Lalalalalala. Es sieht irgendwie lustig aus, wenn die Knufflinge so gegen die Decke. Das dauert länger als vorhin, oder? Ja. So lange dauert. Vielleicht haben wir zu viele dabei. Kann ja auch sein. Ja. So, ich verliere auf jeden Fall das Herz schon mal. Jetzt kommt gleich die Sliding-Strecke. So. So. Ein Herz, bitte. Aber, warte mal. Kann ich wirklich sein Innern durch? Ach nee, die sind alle ineinander. So. 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 So, jetzt machen wir hier ganz langsam. Stopp. Nee, ein Stück näher. Ein Stück näher. Stopp, stopp, jetzt. Und durch. Boah, wir haben alle durchgekriegt. Noch ist nie vorbei. Wieso hatte ich keinen Greifer? Wiss ich auch nicht. Ja. So. Gut, dass ich mich noch rechtzeitig festgehalten habe. Kannst du mir deinen Dank aussprechen. 20 Stück. Ja, haben wir. War ja einfach. Ja. Geht doch. Und da haben wir hier auch 100 Prozent. Das ist wichtig. Oh, ein Karate-Outfit. Ja. Oder ein Tennis-Outfit haben wir gekriegt. Ja. Schick. Schick, schick, schick. Und jetzt haben wir 100 Prozent. Wegen drei Objekten. Verstehst du? Drei Objekte. Dafür haben wir uns jetzt ewig den Arsch aufgekriegt. Ja, wir reißen uns doch eher gerne den Arsch für euch auf. Nur für euch, liebe Zuschauer. So. Ich würde mal sagen, wir sind am Ende, oder? Äh, ja. Und deswegen ciao. Ciao.